Meine Damen und Herren, willkommen zu der Power Tower. Sie kommen mit uns in die Luft. Für alle Jungs erstmal ganz gemütlich, aber die Damen bitte jetzt nicht einschlafen, okay? Erstmal ganz gemütlich für die behaarten Wesen an Bord. Es geht los. Achtung. Tschüss. Ihr könnt ein bisschen mitmachen im Rhythmus. Die Beine bitte mitbewegen, dann kommen wir schneller oben an. So schön mit 30. Achtung. Und gleich kommt ein Kreisverkehr. Der Turm macht heute komische Geräusche. Ich glaube, was ihr überlebt, das nicht. Der Motor ist verschwunden und das Seil hat einen Riss. Nun glaubt das nicht. Ich mach euch doch nur schön. Wir ratschen, wir ratschen, wir ratschen. Jetzt geht los. ...schönen Tag! ...hurya, hurre, hurre! ... weil da so schön kribbelt ... in der Maage, in der Wand, in der Wand, in der Wand, in der Wand, in der anderen, in der Wand, in der anderen... ... Arriba! ... jetzt geht's so! ... und schütt, und schütt. ... und schütt! Na, alle noch glücklich? Keiner Späche, keiner sabbert, keiner truppt! Leidet an Ausfallerscheinungen, Verlust der Muttersprache, Fälle von Inkontinenz, Kreisrunde Haarausfall, Fusspilz! Das kommt jetzt! Wir! Anderlamm, 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 Anderlamm! Dann immer noch mit, damit die Frisur wieder sind! Nun wieder sind! Munter bleiben, tapfer bleiben, nie, nie, nie! Früher oder später, da kriegen wir euch alles, alles! Muss man am besten selber testen! Da ist Musik in der Maschine! Arriba, Arriba, Arriba! Das wird dann jetzt! Dann immer ein Mensch! Letzter! Letzter Schuss! Wenn der noch muss, und dann ist Schluss! Ende! Ihr habt's geschafft! Ende! Die Bügel öffnen sich dann automatisch! Wenn ihr oben seid, macht man ein blödes Gesicht! Danke! Reicht! Denn manchmal, aber nur manchmal, manchmal steckt eben doch mehr drin, als man denkt! Das Leben ist wie eine Pralinen-Shuttle! Ja! Man weiß nie, was drin steckt! Wenn ich so gern liebe, und ich kenne die, ja! Ich kann es schon wieder tun, aber jetzt tue ich es mit den anderen. Ich sage vielen Dank, ich sage lieben Dank und ich sage Gott sei Dank. Links noch mal jetzt nach hinten, nach vorne jeweils an den Seiten, da geht das wieder raus. Bist du hinter der Kette warten, bis das diese geöffnet wird? So, mit der neue Reise, wer wieder mitmöchte, Hallöchenbrümen.